Herzlich Willkommen in der Tierarztpraxis Luder-Luchsinger. Unsere moderne Praxis in Sariswil besteht seit über 100 Jahren und ist von Bern her gut erreichbar. Hier führen wir alle Untersuchungen durch und viele Eingriffe wie Impfen, Entwurmen und Kastration. Wir sind Ihre Spezialisten für Kleintiere, Nutztiere, Pferde und Homöopathie. Die beiden Inhaber Oskar Luder und Christoph Luchsinger und Ihr fachkundiges Team beraten und betreuen Sie und Ihr Tier in allen Fragen rund um die Tiergesundheit und wir verkaufen Spezialfutter. Täglich sind wir unterwegs zu Ihnen und behandeln Ihre Nutztiere wie Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde und wir bieten für alle Tiere auch eine klassische Homöopathiebehandlung an. Tierarztpraxis Luder-Luchsinger Für jedes Tier haben wir einen erfahrenen Spezialisten.